Hast du die Kassette mit? Ah, da, Entschuldigung. Hört doch mal her, ihr Hübschen. Ich bin Martina, eure Betreuerin. Und das ist Herr Benedikt, der will Lehrer werden. Ihr betreut die großen Jungs, klar? Was der Arme ist. Ja, schöne Ferientag. Schöne Tage in unserem Lager. Halt, halt. Die Mädchen in Baracke 1, die Jungen in Baracke 2. Gegenseitige Besucher auf den Zimmern sind untersagt. Unser Tag beginnt, 10 vor 7, mit Frühsport. Da kommt uns nach. Ich seh nischt. Nur kommt schon, ne? Kann ich nicht mehr, wartet doch mal. Oh, endlich sind wir. Hinten ist das Lager. Och, das sieht klasse aus hier. Was ist denn das? Schöne Aussicht, hm? Ich wusste, dass du mitkommst. Mein Vater. Du hast dich verändert. Ja. Deine Haare sind kürzer. Ich hab sie mir vorgesehen abgeschnitten. Siehst du, ist mein Schatzengel? Engel sind aber weiß. Bleib mal so sitzen. Warum hast du dich eigentlich nach dem Umzug nicht mehr gemeldet? Du doch auch nicht. Ich hatte deine neue Adresse nicht. Aber gedacht hab ich an dich. Caroline! Caroline! Ich muss jetzt gehen. Warte doch!